Let it rip, los. Alles danke. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Season 1. Los, los, los. Bau Bäume ab. Fick dich, du hast mir nichts zu verschreiben. Auf jeden Fall, ja, das ist die erste Season. Dings, ist meine Stimme gut? Was weiß ich, deine Stimme ist wie immer. Also scheiße. Ja. Also ich fäll grad Bäume. Interessant. Was haben wir eigentlich vor in dieser Season? Wir müssen noch irgendein Zehner rechnen. Ey, lass einen Leuchten bauen. So einen richtig fetten Leuchten. Und dann lass den Drachen bekämpfen. Äh, als ob wir das schaffen. Oh, wir können das schaffen. Wir brauchen Obsidian und danach können wir so Ender Thron machen. Und mit diesen Ender Thron können wir dann eine in die Ender Welt setzen. Und danach können wir dort hier Sachen reintun. Und danach in der Ender Welt immer wieder Sachen nehmen. Ja. Ja. Also lass Drachen bekämpfen. Ja, okay. Äh, bald kommt ne neue Minecraft Version. Was eigentlich jetzt mit Sam? Ah, hab ich nicht vergessen. Ach egal, der kommt dann halt später dazu. Da wird noch ein Zocker dazu kommen, aber... Da hat jetzt leider keine Zeit. Oder eher gesagt, noch kein Head. Und keine Zeit. Ey, Sammeln schon mal Samen für Brot und so. Sag's doch gleich. Ich schmeiß dich schon die ganze Zeit weg. Behindert. Oh, ich bin gleich Level 1. Ich bin noch immer noch Level 0. Ich hab gesagt leicht. Warum rauscht das so hässlich, Alter? Bei mir. Ja, also bei mir. Hauptsache das rauscht bei dir nicht. Bei mir rauscht nix. Oh, dann ist gut. Ah, das kann sein, dass mein PC ist. Meinst du das rauscht? Das weiß ich, was du denn rauschen sollst. Jaja, das ist mein PC. Ich muss den eigentlich noch nach unten verlegen. Also unter meinem Schreibtisch. Opfer-PC. Da sind so viele Dinger drin. Damit es nicht überhitzt. So viele, wie heißt man? Ah, dieser Wind. Ich muss ein bisschen lauter reden. So. Amunakoyim. Lass. Amunakoyim. Ey, lass jetzt diesen einen Typen. Wie heisst denn immer? Assi, was? Assi, Toni. Lass mal jetzt nachmachen. So. Das ist tatsächlich streng, Mann. Du hast auch Weib dich jetzt. Ich schau mal. Als ob, als ob, als ob so Mädchen. Typchen Mädchen. Das schauen würde. Okay, also das war jetzt gar nicht beleidigend, Digga. Das war es auch nicht. Das ist nur die Wahrheit. Soll ich jetzt lügen oder was? Ich bin ein ehrlicher Mensch. Also mit Holzbezackt kann man anscheinend kein Eisen abbauen. Hab ich gerade gemerkt. Dann bau, ey. Mach du schon mal Steilspitzhacken, ey. Wo soll ich jetzt außen bauen? Also bauen wir direkt hier oder was? Ja, ich würde ja so hier bauen. Ja, bau, wo du es für richtig hältst. Danke, Kuchumin. Ich fang schon mal an zu bauen. Okay, ich mach schon mal Spitzhacken und farm ein paar Utensilien. Was für Steiner ist. Wie groß ist unser Haus mehr? Machen wir erstmal so ein Bunkerloch Scheiß oder bauen wir direkt Villa? So, wir versuchen erstmal so ein einfaches Haus. Mach was du willst, Alter. Ich geh jetzt links ähm... Sachen so. Also ja, so... Chuck Norris-mäßig. Chuck Norris. Ich hab Chuck hier die Mörderpuppe geguckt. Wie ist das Teffeln? Scheiß. Hast du dir in die Hose geschissen? Ist so langweilig. Ist einfach nur eine Puppe, die andere Leute tötet. Ich hab irgendwie gehört, der springt so auf eine Frau, riecht so am Haar. Und er macht irgendwie so, riecht gut und dann schneidet der Kehle durch. Kann sein. Ich hab äh... Also... Also... Also hast du's doch nicht ganz geguckt. Doch, doch. Ich hab drei Videos geguckt. Also das war schon eine Woche her. Ey, kannst du mir mal Holz geben? Wo bist du? Ich hab kein Holz. Holz. Ich bin ein armer Schlucker. Kannst du mir dann wenigstens eine Stein abgegeben? Oder Steine. Sticks. Ich hab keinen Stein. Ich hab Sticks. Dann gib mir Sticks und brauch Steine. Was machst du hier? Ey Junge, schubst mich nicht da runter. Ich hab schon zwei. Zwei Wolle. Warte. Und jetzt noch die scheiß Steine. Ich... Ich will nur drei Steine. Warte mal. Ich hab keine... Ich hab keine Steine. Warte, ich bau hab. Ich mach dich mal leise, damit wir uns gleich annehmen. Weißt du? Ich mein... Da hast du sechs Steine. Kannst du das einstellen? Ich steck... Ich steck dir die in deinen Arsch noch. Sag mal was. Sag mal was. Sag mal was. Ja, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Toll. Yeah, ich hab... Oh fuck. Oh fuck. Ich hab noch ein Leben. Oh fuck. Hast du was zu essen? Hm. Doch, zwei. Was machen? Schmeißen. Ja, das bringt nichts. Ja, das bringt doch nichts, Mann. Mir fehlen. Ich hab nur noch zwei Keulen. Toll. Geh mal. Geh mal was holen. Was? Jetzt. Keils? Ne, nix! Pus wifi! Geh mal. Genau, im Glück ich sie rote. Ich kann richtig auf meine Ruck. Ich probiere fein mal, ob das sie mir echt verpasst. ich höre sie ich stehe auch wegschiesst jetzt willst du zwei rohe schwein ja ich brauche vier koilen reich ich glaube schon ich schmeiß die runter die liegen dort unten jetzt irgendwo ok ich brauche weiterhin ab mit schon level 2 mir fehlt noch eine keule man egal aber der lade auf das rauchen ist gerade weg aber du bist leise geworden bin ich jetzt leise geworden ja bei mir schon aber so ist so soll es viel angenehmer mal scheiß drauf ich baue dann schon mal so eine scheiß chess boah Moruki ist voll viel heißen ich höre mal willst du willst du irgendwie was über deinen lebenslauf oder so erzählen ich liebe schokolade oh fuck oh fuck da ist ein zombie fick deine oma kannst du dann nur offen machen weil ich will was zu essen und so beton zu machen und so ein bett dafür brauchst du einen ofen wieso brauchst du denn das nein ich brauche halt oben bist du kein türke haben also gerne ich hasse schokolade was von jungen bist du hast schokolade sie sind junge wie geil und wir bauen was bringt was was bringt und was was macht sie mich gut von zombies hier alle die wollen Ich habe eine Höhle gefunden. Deine f***e Mutter. Scheiße, Creeper, Creeper. Aber da hat mir geholfen, Zombie zu töten. Opfer, Creeper, danke. Ich habe hier eine Höhle gefunden. Ja. Höhle. Ich bin in einer... Ich habe eine Höhle gefunden wegen einem scheiß Creeper. Es explodiert und schaff. Du weißt doch. Du weißt doch. Jupp. So. Jupp. Oh f***, hier ist ein Creeper neben mir explodiert. Das habe ich gehört. Aber der hat wenigstens Dings... Eisen vom Boden geholt. Ich baue mal das Haus zu Ende und baue uns zwei Betten. Armin Akum, was macht diese ganzen Zombies hier, man? Vielleicht ist es ja Nacht und so. Und du bist in einer scheiß Höhle. Und das bauen die immer so. Die sollen mir ein Lutschen. Mach mir mal ein Schwert. Mach du dir selber ein Schwert. Mach du dir selber ein Schwert. Du hast doch eh Sticks. Ein Geier. Typisch. 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 Warte mal, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Okay, da hat's jetzt gemutet. Bestimmt ist deine Mutti da. Aber dem ist schon klar, auch wenn er sich mutet, die Leute hören den. Opfer eben. Opfer. Ich brauche gerade Kohle ab. Voll cool und so. Shhhh. Ja. Ich bin ein landloser Kurde, das solltet ihr auch wissen. Jeder Hater ist herzlich willkommen auf meinem, unserem Kanal. Fühlt euch von mir. Ich wuchte. Und der bestimmt gerade Aja von seiner Mutter. Ha, der wurde getötet. Deiner fetten Mutter. Deine fette Mutter hat sich getötet. Nein, Mann, guck mal. Ich hab genossen. Genießen. Genießen oder so. Ich putze gerade meine Nase. Ich seh so ein Skelett, verfolgt mich. Ich baue schnell die Tür zu. Auf einmal es kommt so von der Seite und bringt mich um. Dir ist schon klar, wenn du dich mutest, die Zuschauer hören dich. Lass wetten. Du nimmst gerade auf, Mann. Nein. Wetten? Lass wetten. Kennst du nicht, Pete's Meat? Auf, komm, lass wetten. Nö, kannst meine Eier lutschen, wenn dir das so gefällt. Ah, nur weil du verlieren wirst. Hast du die Eier eingezogen oder was? Okay, wir... Wir wetten um... Um was? Der Verlierer... Der muss im nächsten Video, oder was weiß ich wann, muss er mehrmals sagen, dass er ein Hurensohn ist. Und, ähm, Dings. Aber das musst du auch so sagen. Wieso sagen? Ich bin ein Hurensohn oder was? Ja, ja, weil das stimmt ja bei dir schon so. Ja, als ob. Du brauchst ja keine Bestätigung. Du brauchst ja keine Bestätigung. Nur weil ich deine Mutter gefickt hab, oder was? Ich hätte keine Interesse, deine fette Mutter so facken. Ey, aber ich kapiere eine Sache nicht. Wieso sagt jeder Rapper, du brauchst ja keine Mutter. Was hat meine Mutter so besonders? Der Hüftspektri... Ich hab noch nicht... Ich hab noch nicht zur nächsten mal...